Schönen guten Abend. Vielleicht sollte ich in Anbetracht der Corona-Krise, wie viele meiner Kollegen, so eher Online-Musiker werden. So langsam erreichen mich die ersten Musikwünsche und weil das schon mehrfach jetzt gewünscht wurde von einem ganz lieben Fan, will ich das jetzt durchaus mal probieren. Und zwar ein Titel, der mich in den 70er Jahren wirklich auch umgehauen hat. Im Wesentlichen könnte man sagen, harmonisch gesehen, Nudel die ganze Zeit auf Gmol 7. Aber ich fand es total geil, ey. Das ist so transzendental und super. Und deswegen, der versucht, das jetzt mal nachzuspielen. Oh yeah, geht schon gut, ne? Sticky Dan, do it again. Okay. 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 Musik 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 Dankeschön